Das wird so weh tun, wenn wir da gleich irgendwo reintappen. Dann werden wir alle vier Trupps oder was auch immer das sind auf einmal auslösen. Natürlich habe ich keinen... Oder tu erst noch einen Motion-Check, ja. Ja, ein Trupp in der hinteren Ecke von dem Raum. Kannst du doch mal einen Ball reinwerfen, hm? Ha, ist noch ein halber Trupp da drin. Ja, gut. Kannst du den von da aus nicht sehen, schade. Nee, kannst du gleich weiterlaufen, warte. Wo könntest du ihn denn sehen? Hier vielleicht? Ja, sehr gut. Nächste Runde kann der Schmagen ist in der Welt und damit den Trupp auslösen. Der Rest geht pflichtbewusst hier vorne in Overwatch. Du musst den nochmal. Oh, dann triggern wir gar nicht mit Sniper, sondern mit Rakete. Und zwar genau da hin. Also, wir haben uns dann einmal durch den Hauptraum durchgeschossen. Sehr gut. Also, Rocket... ...da rauf. Hm? Da ist der Serial. Haut ab. Aber da war ja zu rechnen, ne? Sniper... ... ... Siegen gar nichts? Oh, okay. Hier? Bin unterwegs. Ja, nächste Runde. Schon wieder vertrösten. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ne, haupt nicht hin. Ähm, du hast hier zwei Ziele. Nicht besonders gute Trefferchance. Du, kannst schon auch steady. Wie schaut es mit Granaten aus? Da wären noch welche. Aber die kriegen wir jetzt nicht so... ...da hingeworfen, wo ich sie gerne hätte. Also, ich kann es versuchen. Komm, es ist jetzt klar. Ja, es haut nicht hin. Ne, ne, ne. Dann bewege dich lieber so, dass du... ...nächste Runde... ...da auch nicht reinwerfen kannst. Mhm. Hm. Dich ziehen wir eventuell zurück. Vielleicht für dich noch... ... ... ... ... ... ... ... ... Da hinten taggen. Mh, nö. Du, du gehst zurück. ... 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 Wow. Schlechtem Gegenspression. Ah, das wird ja definitiv lohnen, wenn der General den Perk auch mal nutzt. Ich hoffe doch, einen größeren Radius zu haben, als ich angenommen hatte. Schießt dein Deco wieder weg oder sieht's nur so aus? Sieht glaube ich nur so aus. Jetzt kommen sie alle, ist alles so klar. Aber ich hab's dir noch eins auch gemacht, ne? Ich bin genau mittig dran, die können jetzt von allen Seiten um mich umdrehen. Aber jetzt haben wir hoffentlich wenigstens genug Ziele, damit die Snider was zu tun haben. So, ich hätte gerne... ...eine Rakete hier hin. Target locked. Ungewollter Nebeneffekt, der Hintere hat keinen Suppression mehr. Oh ja, da haben ganz viele Ziele. Okay, was ist denn am leckersten da? Der Berserker ist noch weit genug weg von allem, der ist keine richtige Gefahr. Der hier hinten ist mir schon einge... Machen wir die hinten weg. Aber bei der... Mit dem Bot können wir mit dem... So, der macht den so weg. Weh, das wird nichts mit dem Master. Gott. 71% ist mir zu wenig. Ne, dann machst du was kleines, wenigstens... ...einen. Komm schon. Ja, nee. Das war doof. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass er aus... Ich bin unterwegs schon. Ich bin unterwegs schon. Weil es hier in Deckung gewesen. Andeckung lang. Und wieder in Deckung. Also von da und da rum. Ist ja alles. Okay. 100% auf den Dingen. Go. Schrei. Schrei. 2. Du musst da gleich weg. Und du sowieso. Reicht das dann Abstand zu ihm? Ich weiß ja nicht. Oh, mach mal ein Mindframe. Mach nur eine hab ich schon. Nee, der probiert hier meinen regulären Schuss. 15% Go. Na. Das ist nicht meine Runde. So, Sniperlev. Finish doch bitte mal. Nö. Double Tap. Ja, ich weiß. 85. Gut. Okay. Double Tap kann auch was anderes gehen gleich. Du kannst keinen Gegenspray schon machen. Könntest aber noch eine Command Fähigkeit anziehen. So, du müsstest eigentlich zu ihm hin tappern. Damit er geheilt werden kann. Sonst hat der ein Problem nächste Runde. Allerdings bist du Suppressed. Das ist nicht so wirklich praktisch. Also versuch den Suppressor. Wie viel HP hat er noch? 12. Das wird längst nicht. Disable my Suppressor. 61%. Töten. Absolut nicht meine Runde. Nö. Okay. Dann. 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 Du kannst du den. Oh. Hier ist wohl nicht. Nein kannst du nicht. Oh. 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 Da ist noch ein Ort. Nö. Dann geh bitte hinter. Die Deckung. Und versuch. Die Deckung anzuspringen. Jo. Da würde ich durch er sterben. Und er ist gezwungen neue Dinge zu suchen. Wenn der gesamte Baum dann wegfetzt. Ja. Oh. Dann da noch. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Bleibt noch. Also nicht ideal was die Trefferchancen angeht. Aber das läuft halt mal gut und mal weniger gut. Ansonsten finde ich es aber ganz okay bisher. Weint er das? Ich glaube es war ein Flächeneffekt auf die Stelle wo unser Assault steht. Das heißt der Assault muss da weg. Wird hoffentlich also nicht suppressed. Oh. Du auch. Und jetzt. Oh. Hast du noch ein HP oder so? Oh. Ganz knapp. Ja. Ganz knapp hat es ihn gehauen. Okay. Fokus für nächste Runde. Ich habe den Assault schießen. Mich schräg irgendwie durch. Ich habe den Assault schießen. Ich habe den Assault schießen. Alles gut. Ja das ist jetzt weniger. Das ist ein Commanden-Trupp ne? Zwei Sektoiden-Commander und ein Outsider. Ja. Ja nur weil ich kein Overwatch sehe. Das heißt nicht dass hier kein Overwatch ist. Cobra ist unser Scout doppelt suppressed. Oder einmal suppressed. Ich glaube einmal suppressed er und einmal suppressed er. Das heißt du gehst jetzt wieder weg. Mit deinen Reflexen ist das kein Problem. Ja komm. Two Dinge. Wenigstens bewegt er sich. Das ist nicht total verpackt. Im Notfall muss ich jetzt nur eine halbe Stunde warten bis die Animation komplett durchgegangen ist. Ah ok. Wurde nicht geschossen. Hat aber keinen Bock gehabt. Ähm. Der hat nur eine 84% Treffer-Chance. Da muss er unbedingt getagged werden. Tag mal. Ja. Kannst du dann machen. Aber ich glaube da warte ich nochmal. Statt dessen versuche ich. Oh ja. Run and Gun. Und zwar irgendwo hier hin. Und wo genau hier hin hängt davon ab wohin unser Medic gehen. Der Medic könnte bis hier. Da. Ist keiner westlich von uns ne. Ok. Ja dann stell dich einfach ohne Deckung da hin. Warte auf deinen Patienten. Der hat Run and Gun schon aktiviert. Das heißt du kannst jetzt bis dahin gehen. hoffentlich kein Overwatch drücken oder so. Ok. Dann kriegst du ne Heilung. Ziemlich. Kleine. Heilung. Und danach darfst du doppelt schreddern auf den Großen auch. Die Wun gehen weit raus. Veilfach schreddern. Vierfach schreddern irgendwie. Null Munition. Ich bin leer. so rockett hier wenn ich versucht aber blind hier einzuschließen muss keine panik geht nicht mehr auf den bord 100 prozent damit wirst du preschen weg und du kannst den weg sprengen naja beide nicht so wirklich gut aber halt mal rein eine granate noch und er ist weg du könntest disablen aber ich glaube 70 prozent als ausgleich für die letzte runde ja kirch hat für dich und suppression sie panik auf den und warum hast du schlecht verchancen der macht nix der hinten wird wahrscheinlich nicht mehr position ich würde sagen es ist eigentlich eher spannend was die drei auf der feindlichen seite machen du bist richtig nicht abhauen das nervt so wir haben ein problem in form einer großen bösen disk den oder ihn er ist so schwer zu treffen ja wenn wir das da weg fetzen können also seine deckung das wäre super dabei ehrenkulig würde eigentlich lieber die hier alle auf einen streich erwischen ich weiß noch nicht genau welcher da 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 andere setzen und keine drohung machen wie viel okay damit ist erledigt die kommen eh nicht da rein okay dann bleibst du jetzt da stehen bleibst flank hier war ja bleibst flank hier war für die gerechte sache kaum töten fast alle ist gut absolut ich wollte eigentlich noch einen noch oh eure wand ist weg ich wollte es hier nur mal kurz erwähnen aber ich denke es wird euch schon aufgefallen sein da hast du auch keine munition mehr geil da hast du auch keine munition mehr geil das ist da oben weg hauen bitte den da hinten taggen können ja super damit hätte ich nicht gerechnet also bedrohung von links ist weg das heißt unser grenadier kann auch wieder zurück ja nicht wirklich dahin gehen den sprengen das ufo zerstören wir total komplett da wird nichts mehr von stehen ja dich schicke ich einfach weg ja nacht na medic ja 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 ja